So, schneide an, lege, und... Boom! Feelgood-Podcast vom... Ah, was ist jetzt? Ich nehme ihn am 6. Januar auf und lade ihn heutzutage auf. Also es wird wahrscheinlich ein normaler 7. Januar. Und das heisst, jetzt noch für alle ein gutes Neues. Ist das nicht grossartig, wenn die Menschen einem auf der Ewigkeit ein gutes Neues wünschen? Hey, noch happy 2022. Gutes Neues, hoff, du bist gut übergerutscht. Und ich bin grosser Verfachter von dem, muss ich sagen. Ich wünsche den Menschen den ganzen Januar ein gutes Neues. Weil, ich meine, man muss es mal so sehen. Wenn das Jahr zwölf Monate hat, was es ja meistens hat, fast immer würde ich sagen. Okay, immer. Dann ist ein Monat von zwölf, ein Zwölftel, ja? Das sind ja nicht einmal 10%, sondern was sind das? 8,33%. Ich habe das jetzt in meinem Kopf ausgerechnet. Das Klicken vom Computer habt ihr sicher nicht gehört. 8,33%. Also nicht einmal 10%. Das heisst, das ist ja nicht viel. Das heisst, in dieser Zeit kann man sich ja wunderbar, locker, immer noch ein gutes Neues wünschen. Weil es ist ja dann immer noch neu. Es ist ja noch nicht einmal 10% vom Jahr. Und dann gibt es die, die so, nach drei Tagen wünscht man sich nicht mehr ein gutes Neues. Wieso nicht? Man kann sich ja sonst so wenig wünschen, oder? Was wünscht man sich momentan? Gesundheit, ja? Haben die meisten nicht? Leider, leider, leider. Und da ist das Gute Neue auch ein bisschen verantwortlich zum Teil. Aber trotzdem, ein gutes Neues. Wünsche ich allen da draussen. Wie ihr heissen werdet, werde ich euch jetzt denn gerade sagen. Wie werde ich euch jetzt denn gerade sagen. Dir da draussen. Verzähle ich aber noch schnell ein bisschen vor meinen letzten Tagen. Ja, seit ich mich das letzte Mal solo gemeldet habe. Vielen Dank für die netten Zuschriften, die ich gekriegt habe, bezüglich dem Jahresrückblick. Eine sehr tolle ist gekommen, die ich auch noch vorlesen werde, auch wenn es keine Mail gewesen ist. Aber ich hoffe, das ist okay. Und ja, schön ins neue Jahr geführt mit viel Käse, wie ihr es gehört. Und auch im einen oder anderen Getränk. Und ich habe so einen dummen Nebeneffekt vom Älterwerden. Mein Kater, mittlerweile, äußert sich vor allem durch eine laufende Nase. Das ist eine Katastrophe. Katastrophe. Stell dir vor, früher können es saufen, können Drogen haben, keine laufende Nase. Jetzt, trinke ich irgendwie ein paar Kübchen. Und am nächsten Tag kann ich das schnuppen. Das ist mein Kater. Das ist jetzt die paar letzten Mal so gesehen. Und es ist nicht irgendwie wegen der Kälte draussen oder Winter oder so. Und die Covid-Tests sind auch immer negativ, sondern ich kann dann einfach nur schnuppen. Das ist richtig beschissen. Ja, mal schauen, wie sich das weiter äußert. Aber auf jeden Fall gut ins neue Jahr gekommen. Hat sehr Spass gemacht. Die Zeitgenossen, die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, wo so die Zeit stillsteht. Ich konnte einen Göttibub besuchen. Und natürlich noch mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk. Das ist jetzt der 2. Eine ganz gute Phase hat er. Natürlich hat er nicht Hallo gesagt oder so. Er hat nur das Geschenk gesehen. Er hat einfach Danke. Und hat es genommen. Und dann ist er zu spielen mit seinen Autos. Sehr schön gesehen. In das Kino bin ich gegangen mit meiner Freundin und ihren Kindern. Einen grossartigen Film habe ich geschaut. Wie hat er geheissen? Sing. Die Show deines Lebens. Ich glaube Sing 2 heisst er auf Englisch. Es ist ja oft so, dass der englische Titel eigentlich reicht. Aber man muss dann auch etwas darin untersetzen bei den Deutschen. Sing. Die Show deines Lebens. Und ich habe schon lange nicht mehr so einen Film intensiv geschaut. Ich schaue ab und zu mal einen alten Disney, der mir irgendwie gefallen hat. Dann habe ich gelegt, wie hat er geheissen? Soul von Disney. Boah. Einen von den besten Animationsfilmen, die ich jemals gesehen habe. So, so geil. Und der jetzt, der ist einfach der Feelgood-Film gesehen. Wie halt das passt in den Podcast, erzähle ich euch das jetzt. Kann man auch gut ohne Kinder schauen. Ohne Scheisse. Er hat mich wahnsinnig unterhalten. Sehr viel gelacht. Einmal fast, fast den Tränen gekriegt. Aber ich habe sie verheben können. Und ja, so mal schnell die Tage verbracht. Jetzt gerade in den Bergen. Wunderschön. Und ähm, ha, heute zum Mittag, ist wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich, das schlechteste Wiener Schnitzel gegessen von meinem Leben. Sprich, die drei Pisse, die ich gegessen habe. Ja, also Wien, Wien wäre das totbeleidigt. Wien würde freiwillig, freiwillig würde sie in einen Lockdown gehen. Ja, die würden sich freiwillig alle durchimpfen. Wenn die andere Wahl wäre, das Schnitzel zu essen. Das ist, oh mein Gott. Ich weiss gar nicht, ob ich es beschreiben kann, weil mir wird es schon nur ein bisschen schlecht, wenn ich daran denke, Wien ich das beschreiben würde. Es ist unter aller Sau gewesen, wirklich. Und ähm, immerhin der Kaffee offeriert gekriegt. Weil ich habe gute Stunde, zehn auf das Schnitzel gewartet. Während andere am Tisch schon fertig essen gehabt haben. Meine Freundin, ihr Essen nochmal hat mir sie zurückschicken, weil es kalt gewesen ist. Und es kann nicht kalt werden in den drei Metern, wo man es vom Restaurant auf die Terrasse dreht. Und ähm, da habe ich gemerkt, äh, lustigerweise, ich mache irgendwie niemandem dort einen Vorwurf. Das ist noch das Schlimme. Man kann irgendwie gar niemandem etwas vorwerfen dort, weil die Vermutung ist sehr stark, jetzt so Anfang Januar, war, dass alle Menschen, die dort arbeiten, Covid haben. Die haben einfach alle Covid, das schafft gar niemand das, sonst ist es einfach irgendwie, äh, hey du da, wie heisst du? Äh, Reto, du musst jetzt sofort in die Küche da und du musst jetzt Wiener Schnitzel machen. Viel Spass. Aber, aber ich, ich bin eigentlich nur da, um ein bisschen Skifahren. Das ist uns scheissegal, du kriegst 30 Sturz in der Stunde, du musst jetzt Schnitzel machen. Also anders kann man es sich nicht erklären. Ähm, aber lassen wir die Laune von dem natürlich nicht verderben. Im Gegenteil. Es ist, es ist, äh, trotz allem, es ist wirklich so. Hocke ich da oben und denke, ah, aber es ist gleich schön, ich schaue auf die Berge. Und, ähm, ich muss das Schnitzel ja nicht essen. Äh, ich habe es ja nicht gegessen, es wäre nicht gegangen. Also, wahrscheinlich könnte ich nicht mit euch jetzt reden, wenn ich es gegessen habe. Und, ähm, was, äh, was kann ich euch noch erzählen? Das wäre es plus minus, viel mehr habe ich nicht zu erzählen. Es ist immer noch ein bisschen, äh, es ist immer noch ein bisschen die, die Zwischenphase, bis dann wieder die Auftrittskadenz in die Höhe schnellt, ähm, sofern man den Auftritt machen kann. Das werden wir sehen. Aber, ähm, Planung ist immer, wir machen es. Und erst, wenn es nicht geht, nicht anders geht, machen wir es nicht. Und, ähm, jetzt, äh, kommen wir zu der grossen, grossen Verkündigung, um nochmal schnell aufzuholen, die, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben. Und, ähm, habe ich mal eine Mail gekriegt von, der, äh, Nora hat sie geheissen, ja. Und hat sehr zurechtgefunden, dass in all ihren Lieblingspodcasts, äh, die HörerInnen schafft, einen Namen hat. Äh, und zwar so, ähm, bei, ähm, bei, ähm, bei Moser, Schelker, Matschenko, Güsche, äh, so wie Hazel und Thomas sind es, äh, äh, nurfies, Stünderler, Herrgöttlis, ähm, ähm, ich glaube nicht in dieser Reihefolge. Aber, wie wäre es, wenn ich, äh, meinen treuen ZuhörerInnen auch einen Namen gebe, ja. Und, ähm, ich habe mich an diesem Tag nicht sehr kreativ gefühlt und habe gefunden, wie wäre es, wenn die Vorschläge machen und wir das dann zur Abstimmung schicken. Und das haben wir gemacht. Äh, mit grosser Hilfe von meinen Mitarbeitern des Monats, ähm, äh, Luca, haben wir, ähm, alle diese Vorschläge gesammelt. Vielen, vielen Dank, es sind über 20 gewesen. Die haben wir dann in einer Fonds-Ausscheidung auf Instagram, ähm, ähm, ausgejagt. Und es ist dann zu einer Endausscheidung gekommen mit fünf Vorschlägen, die die geschickt haben, ähm, und aufgewotet haben, sozusagen. Und die sind natürlich zum Teil ein bisschen ähnlich gewesen. Äh, Mutzlis, Feelgoodies, Mutzketiere, Mutzis und Feelgooders. Und die haben abgestimmt und es ist, es ist eine knappe Sache gewesen. Es ist wirklich eine knappe Sache gewesen, muss ich sagen. Ähm, grosse, grosse, äh, Befürwortung für drei. Und davon hat einer mit zwei Stimmen gewonnen, ja. Und zwar heissen dir ab jetzt, und somit auch für immer, Äh, wie mache ich das jetzt denn? Eigentlich müsste jetzt so eine, so eine DSDS, oder, oder, wer wird Millionär? Ja, noch besser. Tum, 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 tum. Pum, pum. Pum, pum. Mutzis! Wir haben irgendwie auch, äh, Genderfluid. Zum Beispiel, ähm, z.B. ähm, meine Mutter, die, die, die schwanger war, war mit mir. Und dann auch mit meiner Schwester. Ähm, dort hat, äh, die Hebammen immer vom Fritzli geredet, weil man noch nicht gewusst hat, was, äh, was, äh, das Geschlecht wird sie jetzt. Wir haben immer gesagt, ja, und wenn es Fritzli dann kommt, äh, äh, dann nachher werden wir gesehen. Ähm, und, äh, meine Mutter hat das dann ab und zu, äh, übernommen, auch wo wir schon gelebt haben, sind manchmal meine Schwester, manchmal auch ich, manchmal meine Beide, äh, Fritzlis gesehen. Ähm, ähm, tönt für mich ein bisschen männlicher, aber, äh, gibt ja auch den Frauennamen, äh, Fritz, absolut. Und, Mutzis tönt wirklich in alle Richtungen. Mutzis finde ich sensationell, darum, die sind Mutzis. Und jetzt kommt natürlich noch der grosse Reveal dazu, äh, das haben auch sehr viele Leute vorgeschlagen. Ähm, und ich habe gesagt, die Person, die den richtigen Vorschlag, äh, einschickt, kriegt, äh, spezielles Goodie, sozusagen ein Feel-Goodie, etwas Einzigartiges, was es sonst nicht gibt. Und das mache ich jetzt natürlich auch. Es haben aber drei Leute vorgeschlagen. Das heisst, ich mache es so. Der erste Vorschlag ist von der Moni gesehen. Und Moni, du kriegst den Hauptpreis, sozusagen. Dann haben wir aber noch die Miriam gehabt und Simona. Die kriegen beide auch noch ein kleines Goodie, sozusagen. Und zwar, Moni, ich habe mir überlegt, äh, einerseits, natürlich, kundst du sehr gerne mal mit Begleitung an eine Show nach Wahl, ja. Kannst aussuchen, äh, in meinem, in meinem Kalender. Kannst sagen, wo du willst kommen. Dort bist du selbstverständlich eingeladen. Dann gebe ich dir dort, von der Bühne aus, gebe ich dir ein Nuss. Irgendein Getränk. Was du willst. Kann Wasser mit ohne Sprudel sein. Kann ein Glas Champagner sein. Kann ein Gin Tonic sein. Ähm, kann ein Cola sein. Was auch immer, ja. Und, was wirklich das Einzigartige ist, weil das wird es so nie mehr geben, wo, ähm, wo ich, äh, wo ich, äh, mein Merch, äh, gemacht habe, respektive, habe, machen lassen. Ich bin nicht, ich bin nicht da angesessen und habe, anfangen, T-Shirts zu nehmen und, und Sachen drauf zu drücken. Sondern, ähm, wo, wo wir das haben, äh, auf dem machen, ähm, haben wir natürlich, äh, ja, die T-Shirts gemacht und die Pulli und, und die Kappe und, äh, die Babystrampel und all das Zeugs, äh, was es im Shop gibt. Und wir haben ein Shirt gemacht, ähm, wo nur Feelgood draufsteht. Das ist so, so auf der, auf der oberen, ähm, ja, wie nennt man das? Ja, so quasi auf der Brusthöche, ähm, ähm, vom Körper aus links, ja. Dort steht Feelgood drauf, ähm, und von denen habe ich für mich persönlich habe ich mir Spezialanfertigungen machen lassen. Und zwar so T-Shirts, wie ich sie immer trage, so mit ein bisschen, mit ein bisschen mehr Länge, sage ich jetzt mal. Weil ich finde nichts schlimmer, wenn man nicht mehr sitzt und, äh, von hinten sieht man das halbe Innere, sage ich jetzt mal. Früher hat man gesagt, Bauarbeiterausschnitt. Ich weiss nicht, ob das noch 2022 konform ist. Ähm, und darum so ein bisschen, ein bisschen länger, ähm, äh, ein bisschen, äh, ein bisschen modernerer Schnitt. Und die gibt es nicht zum Kaufen, wird es ihnen zum Kaufen geben. Und die habe ich gebraucht, zum Auftreten. Äh, verschiedene Shows, Auftreten damit, ähm, einerseits auf der Bühne, andererseits sogar mal beim Deville. Und genau das, was ich beim Deville angehabe, und eben auch auf verschiedenen, äh, Bühnen, das gebe ich dir an dem Oben, ähm, wenn du willst, mit Widmik. Ich will dir sie nicht aufzwingen. Aber, ähm, das ist mein Geschenk an die liebe Moni. Eine von meinen Mutzis jetzt. Was ist denn? Was ist denn? Meine Mutzis! Ich fühle mich, äh, ich fühle mich wieder, äh, wie hat sie geheissen? Carol Baskin. Hey, what's up, you Mutzis? All good? Ähm, das, das habe ich gedacht, wird, äh, wird mein, mein einzigartiges, äh, Giveaway. Es ist natürlich, muss ich dazu sagen, es ist mittlerweile gewaschen. Ja? Also, äh, keine Sorge, da ist jetzt nicht nur irgendwelche Bühne und, und Fernseh, Fernsehlichtschweiss dran, sondern das ist fix frisch gewaschen und, äh, mein Geschenk an die für die Vorschläge. Jetzt haben ja eben Miriam und Simone das auch noch vorgeschlagen. Äh, die kriegen sehr gern etwas aus dem, äh, Merch-Shop. Geht schauen, sagt, was ihr wollt. Auch dort könnt ihr sagen, ob ihr etwas draufhaben wollt oder nicht. Äh, im Sinn von, äh, Widmik oder sonst irgendein Gekitzel. Das auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Moni. Vielen, vielen Dank, Miriam. Vielen, vielen Dank, Simona, dass ihr den Vorschlag gemacht habt und vielen Dank allen Menschen, die gewartet haben, äh, andere Vorschläge eingeschickt haben, weil, ich kann euch jetzt noch sagen, wirklich knapp, knapp Zweite, ist die Mutzketiere. Äh, dass ich das noch gesagt habe, ja, Michi, du bist, du bist, äh, Gewinner der Herzen, ja, wie sie ja die Mutzketiere gesehen waren. die sind ganz, ganz knapp, äh, hinter dran gesehen, äh, hat die auch lustig gefunden, Mutzi und seine Mutzketiere, aber ich habe gesagt, das ist basisdemokratisch, habe übrigens herausgefunden, basisdemokratisch ist, äh, eigentlich einen erfundenen Begriff und heisst nichts anderes als demokratisch. Ähm, das so nachdem bin ich. Auf jeden Fall, demokratisch entschieden, die haben die Mehrheit gegeben, Mutzis, so heissen die ab jetzt, und, ähm, so werde ich euch ab jetzt auch nennen, sensationell, so kann man doch super ins neue Jahr starten. Und mit dem, ähm, lese ich jetzt dann natürlich noch ein bisschen vor, was die ihr sonst so eingeschickt habt. Zum Beispiel ist ein Message gekommen, eben auf Instagram, und die ist, die hat mich sehr berührt. Darum vielen, vielen Dank. Ähm, von der Ronja, liebe Joel, danke für die Feelgood Podcast. Nur ein Ausrufezeichen, weil der Büssi hat uns klärt, dass Satzzeichen keine harten Tiere sind. Richtig. Ich sitze gerade im Büro und losse die zweite Teil vom Jahresrückblick. So macht's schaffen Spass. Ich habe dir einfach einfach danken sagen, dass du immer wieder, mich immer wieder zum Lachen bringst und auch für die tiefgewindigen Gespräche mit deinen Gästen, die so oft zum Nachdenken anregen. Ich hoffe, du hast einen guten Start ins 2022 gehabt und wünschst dir nur das Beste für dieses Jahr. Ich freue mich auf ganz viele weitere tolle, viel gute Momente. Alles Liebe, Ronja. Danke vielmals, Ronja. Es freut mich sehr, wie gesagt, der Jahresrückblick ist viel, viel Arbeit gewesen und es war nur zu bewerkstelligen mit viel Hilfe auch und es freut mich extrem, wenn man dann merkt, dass sich die Arbeit gelohnt hat für, egal wie viele Leute es auch immer sehen, für nur schon die, die beim Arbeiten Spass hatten. Sensationell. Dann haben wir eine weitere Mail. Hallo Joel, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und Gute und viel Erfolg im 2022. Danke dir auch. Der viel gute Jahresrückblick ist sensationell. Boah, mehr als cool. Die Arbeit hat sich extrem gelohnt. Hat mir richtig gefreut, nochmal in jede Folge dreizuhören, schauen, danke vielmals. Und das neue Studio sieht genial aus, gefällt mir mega. Yes, das freut mich riesig. An dieser Stelle auch ein grosses Danke an Producente Christoph Soltmanowski, der das neue Studio zweigstelligt hat und nennt man das, sagt man das so? Ja, ja, einfach. Wo das halt so, gemacht hat. Und ich habe mega Freude und es hat mir dann aufgefallen, als ich anfing, diese Sachen auseinand zu schneiden. Vorher hat es einfach so gesehen, irgendwie, aber es geht, wir haben ein Video und jetzt ist es wirklich, jetzt ist es ein Studio. Und vielleicht werden wir irgendwann noch das eine oder andere dazu tun oder abändern, wie auch immer. Aber ich bin mit diesem Neonlicht und dieser Situation einfach schon super happy. Und ich bin sehr gespannt, das habe ich nämlich gerade gemerkt. Ich habe bis jetzt dort noch keinen Alkohol trinken. Wird auch in der nächsten Folge nicht gerade passieren, weil, da kennen Sie es mit dem Januar und so. Ich bin zwar dann nicht ganz genau von Tag zu Tag, weil ich am 1. Februar Geburtstag, das heisst, vielleicht schon am 31. zum so oben hinein feiern. Keine Ahnung. Aber es gibt so eine kleine Alkoholpause, die sehr gut ist. Vielleicht hilft das auch meinem Schnuppen. Wer weiss. Was hat sie noch geschrieben? Jetzt warte ich gespannt auf den 7. Januar. Liebe Grüße, bis bald, Simona. Danke vielmals, Simona. Auch du, in dem Fall jemanden, der sich den Jahresrückblick gegeben hat. Und das freut mich wirklich riesig. Dann haben wir nochmal eine Mail, und zwar die letzte für heute. Immer noch, alles ohne Spitznamen. Gebt mal wieder Spitznamen, bitte. Schreibt irgendwelche lustigen Spitznamen für mich. Das erfreut mich hart. Lieber Joel, du weisst, ich bin ein grosser Fan von dir und deinen Shows. Ah ja, wenn ich den Namen sehe. Richtig. Natascha, treue Zuschauerin und immer grosse Freude gesehen, wenn du an einer meiner Shows gekommen bist, vor allem im Balz, aber auch sonst natürlich. Ich war seit der 13. Show an jedem Comedy im Balz. Das stimmt. Okay, ein, zweimal war ich krank. Und an jedem deiner Solos. Ich war sehr traurig, als ich gehört habe, dass du mit Comedy im Balz aufhören wirst, denn das war für mich der Abend im Monat, welcher mir so viel Energie gegeben hat. Du und Baschi habt mich mit euren Shows, natürlich neben meinem Mann und meiner Familie, das muss man schon erwarten, in einer sehr schweren Zeit gerettet. Ja, das kann und darf ich so sagen, denn so ist es wirklich. Oh, wie kitschig und schleimig dies jetzt klingen mag. Überhaupt nicht. Das berührt mir hart. Mega. Bis zum Sommer habe ich auch jeden deiner Podcasts gesehen, gehört, doch leider meinte es dann das Leben erneut, nicht so nett mit mir, uns. Details erspare ich euch jetzt. Das tut mir sehr leid. Und die Zeit und Energie für jegliches hat mir gefehlt, sogar für deinen Podcast. Erneute Schicksalsschläge zwangen mich und meine Kinder in die Knie, so sehr, dass es mir peinlich ist, zu sagen, du hattest damals im Pfauen in Basel recht. Stimmt, das haben wir uns mal gesehen. Ich habe deine neue Show noch gar nicht gesehen. Ich habe zwar bei der Feelgood-Show Tickets für die nächste Show gekauft, aber ich war ja gar nicht da, da ich krank war. Und nachgeholt habe ich es auch nie, wie peinlich, als mir dies bewusst wurde. Es ist überhaupt nicht schlimm, mein Gott. Am 5.02.2022 sind mein Mann und ich 22 Jahre zusammen. Schon so lang. Geil. Ich teile mein Leben, seit ich 17 Jahre alt bin, mit ihm. über mein halbes Leben lang. Das klingt verrückt, wenn man es ausspricht. Nun, zu meinem großen Glück, hast du am 5.02.2022 in Nistal einen Auftritt. Ich werde die nächsten Tage herausfinden, was mein Mann geplant hat. Ansonsten kaufe ich zwei Tickets, damit wir diesen Abend bei dir genießen können, abschalten dürfen und einfach lachen können. Also, ich sage es jetzt schon da, wenn du dir das wirklich gewinnt, zu eurem 22. Jahrestag mich schauen mögen, dann sind ihr von Herzen von mir eingeladen. Ich hoffe, du hörst das und sonst schreibe ich dir auf jeden Fall noch zurück. Das ist war ein grosser Ehr für mich. Joel, bleib wie du bist, mach weiter so und danke für alles und ja, für mich bist du ein Aramis. Ich war übrigens erst vor zwei, drei Wochen im Stall bei Aramis und durfte mit ihm kuscheln und ein unglaublich kraftvolles Pferd. Richtig, das Brauerei-Pferd. Das Brauerei-Ross-Aramis. In diesem Sinne, sorry für den langen und kitschigen Text und liebe Grüße, Natascha. Natascha, vielen, vielen Dank für deine Ziele. Es tut mir sehr leid, was dir für Schicksalsschläge haben müssen erleben. Ich wünsche euch allen sehr viel Kraft. Ich nehme an, wir werden uns bald mal sehen, vielleicht am 5.2. und ich hoffe sehr, dass alles wieder gut kommt und wird wie auch immer zumindest mit dem, was ich mache, werde ich versuchen, euch auf dem Weg zu helfen und zu begleiten. Das klingt jetzt auch von mir ein bisschen kitschig und schlimmig, aber ich meine es wirklich so. Das also die Messages von euch zum Jahresstart. Schreibt gerne weiter. podcast at joelvonmutztenbecher.ch Das ist die einzige Folge diese Woche. Nächste Woche komme ich wieder nochmal zurück mit einem Solo und am Freitag soll ich schon sagen, wer denn zu Gast ist. Ich sage es. Der Bastian Baker freue mich jetzt schon sehr. Also, liebe Muzzis, hansgut, seht lieb zu einem Land und alles Liebe. Bis bald. Peace. Peace. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020